Radio Raufas Ursprünglich Johannes gefolgt und schlossen sich nach dessen Hinrichtung Jesus an. Das Bedürfnis der Juden nach Erlösung der Herrschaft Roms war groß, so hatte Johannes Außenordentlichen erfolgt. So kam auch Jesus zu Johannes dem Täufer, doch es geschah etwas Unerhörtes. Johannes wollte Jesus nicht taufen, sondern von ihm getauft werden. Jesus beharrte jedoch, und als er nach der Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel. Der Heilige Geist fuhr wie eine Taube herab und eine Stimme von oben sprach. Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Damit war Jesus als Gottes Sohn proklamiert und Johannes als sein Vorläufer auf Menschenmaß gestutzt, jedenfalls aus der Sicht der Jünger. Der Täufer war wohl populärer als Jesus. Das Volk hielt ihn für einen Propheten, was den Hohen Rat in Jerusalem dermaßen beunruhigte, dass er Johannes fragte, ob er sich für den Messias halte. Johannes verneinte dies und verwies auf jenen, der nach ihm kommen wird und dessen er nicht wert ist, dass er seine Schuhriemen auflöse. Ergernis an Johannes übernahm König Herodes Antipas. Dieser hatte seine Ehefrau verlassen und seine Schwägerin geheiratet, weshalb ihn der Teufel des Ehebruchs und auch das jüdische Gesetz der Blutschande bezichtige. Herodes ließ Johannes verhaften und wagte allerdings nicht, ihm den Prozess zu machen, denn er fürchtete die Wut des Volkes. Doch seine Stieftochter Salome verlangte als Lohn für ihren wunderbaren Tanz den Kopf Johannes des Täufers in einer Schale. So feiern wir heute noch am 24. Juni den Geburtstag Johannes des Täufers. Da der Johannestag mit der Sommersonnenwende zusammenfällt, wird am Vorabend häufig ein Feuer abgebrannt. So auch bei uns in Blindheim. Das war der Heilige des Monats Juni mit Valentin Oeferle von Radio Raufas.